Hallo und herzlich willkommen hier bei Heartbeat Games und einer neuen Folge zu Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Ich habe mir mal gedacht, dass wir heute mal ein bisschen Party machen. Wie sieht das aus? Nämlich so hier. Partyspiele. Gehen wir mal rein. Da gibt es vier Moden. Waffenspiel, eine im Lauf, Scharfschütze, Stock und Stein. Und heute werde ich mal mein Glück hier bei Waffenspiel versuchen. Dann klicken wir mal rauf und hoffen das Beste. Da sind wir auch schon. Das ging zügig. Wieder die Map Stand-Off. Kennen wir jetzt mittlerweile zu Genüge. Ich glaube, ein Let's Play habe ich dazu bereits. Ist aber okay, die Map. Gefällt mir. Stand-Off. Grenzstadt. Kirgizistan. Äh, Kirgizistan. Eigentlich müsste es doch Kirgizistan heißen oder irgendwie sowas. Oder irre ich mich da? Also berichtigt mich, wenn ich mich irre. So, komm, mach hin. Mein Finger zappelt schon. Ich bin ganz aufgeregt. Voll unter Adrenalin. Aber wenn es so weitergeht, dann schlafe ich ein. Okay. Und. Ach, verdammt. Wo lang denn hier? Gehen wir mal hier lang. Da war noch einer. Ich habe doch einen gehört. Jawohl. Den haben wir sowas von weggeholzt. Gehen wir mal hier lang. Ach, verdammter Mist. Okay, sei es drum. Nicht aufregen. Wo denn? Wo denn? Ah, okay. Da hinten. Habt ihr ihn gesehen? Komm, mach hin. Jawohl. Puh, das war aber knapp. Hier ist noch einer. Na? Okay. Das war ein Fisch. Okay, da hinten. Nee, der hat uns gesehen. Ach, verdammt. Meine Fresse, hat der mich erschreckt. Okay, wo sind wir? Und immer schön auf die Minimap achten. Was macht der denn? Der spielt überhaupt gar nicht. Was ist denn das für eine Knarre? Drei Schüsse oder was? Okay, der ist dort hinten gleich. Ach, Mann. Das ging ja gehörig schief. Okay. Wo lang jetzt? Da, da ist einer. So, den haben wir. Aber der andere hat uns. Das geht ziemlich zügig. Okay. Da, da war doch einer. Da war doch einer. Da sind sogar mehrere. Hallo? Stirbst du mal bitte? Aber nein. Ja, den hat sich jetzt ein anderer gekreift, würde ich sagen. So, schnell, schnell, schnell. Ah, da, da. Jawohl. Das war doch mal nice. So. Hier jemand. Nein. Okay, da hinten. Den haben wir. Ach, verdammt. Da, da ist noch einer. Gut, das war gut. Was hatte der denn für ein... Meine Fresse. Gut. Da habe ich noch gut reagieren können. Hey, schönes Visier. Ach, da, da, da ist doch jemand. Verdammter Mist. Das waren drei Schüsse. Ach, Mann, nein. Ich wurde gemessert. Ich wurde gemessert. Oh, Alter, das zahle ich dir heim. So, hier muss doch jemand sein. Na, komm, renn doch mal jetzt, Junge. Nee, der ist schon über den Jordan. So, komm, komm. Okay, was war das? Gut. Das war gut. Nein. Was ist los? Schon vorbei? So schnell? Ah. Ja, und Diablo hat das Spiel verlassen. Okay. Mal sehen. So weit, ey. Junge, das war aber top. Oh, meine Fresse. Da kriegt er ein Messer in den Zeh und ist tot. Hallo? So ein Mist. Das kannst du mir doch nicht erzählen mit einem Messer im Zehchen. Da krepierst du doch nicht dran. Ah, Kotz. Na gut, sei es drum. Ich glaube, ich könnte jetzt von der Zeit her noch eine machen. Allerdings weiß ich es nicht. Ich versuch's mal. Ja. Ich versuch's mal. Aber die Spieler gehen hier flöten. Was ist denn was? Habt ihr keinen Bock darauf? Also ich muss sagen, ich kenne ja das... Ja, was heißt ich kenne das? Das Prinzip kennt ihr eigentlich jeder vom Gun Game. Vom Waffenspiel. Ich habe wirklich sehr viel jetzt im Battlefield Gun Game gespielt. Und da dauert es doch schon ein bisschen länger. Aber hier geht's echt ratzfatz. Aber die Lobby ist schon wieder voll. Gut, hoffen wir das Beste. Jetzt kommt Machine. Ich habe nur noch Begrenztzeit. Boah, Mann, Alter. Mit einem Messer in dem Zeh ist er hops. Oder wie? Was ist denn das für ein Soldat? Okay, jetzt sind wir in den Slums in Panama City. Ah, die Map kenne ich auch. Ja. Auf der habe ich mal gespielt, glaube ich. Oder war das im Video? Keine Ahnung. Gut. Komm, Machine. Machine. 200 Punkte zum Sieg. Okay, wenn es nichts weiter ist. Feinde auslöschen. Sie dürfen nicht reden. Okay, die Feinde. Da, da war doch einer. Wo bist du denn? Junge, wie viele willst du denn kassieren? Ja, Mann. Der war aber schwer jetzt. Wo, wo, wo? Gut, den haben wir. Alter, ich treffe gar nichts damit. Komm, lauf ihn nach. Ah, wechsel. Ach, du Mistkerl, du verdammter. Okay. Komm, lauf, lauf. Meine Fresse. Also, die Akimbo-Waffen fühlen sich sowas von fehl am Platz an. Wirklich richtig dreckig. So, den haben wir. Da hinter, da hinter uns. Ey, du stirbst nicht. Ach, den messer ich doch. Nein, ich will dich messern, verdammt. Mann, ich habe ihn dreimal. Was hast du dir? Was? Willst du mich verarschen? Du kannst mich mal sowas vom Arsch lecken. Das glaubt dir doch kein Mensch. So, wo? Hier war noch einer. Okay, nicht aufregen. Das gehört zum Spiel. Ich wollte das Scheißspiel jetzt sagen. Jetzt stirbt mal bitte. Habt ihr das gesehen? Er hat vier Kugeln gefressen. Und der nur einer. Ja, so kann es gehen, Leute. Okay, dahinter war jemand. Jawohl, so geht das doch hier. Komm, jetzt mach hinne. Mach hinne. Wo seid ihr? Ich glaube, ich bin total fehl. Ah! Der kommt schon schießend aus der Ecke. Und leck wie eine Sau dabei. Okay, gehen wir mal hier lang. Da. Ja, so kann es gehen, Junge. Ach, verdammt. Ah, Mann, Mist. Den habe ich zu spät gesehen. Geh gesehen. Nicht gegessen. Jawohl, ein Heldscher. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist auch gut. Was? Wer? Das geht doch hier ratzfatz. So kann es gerne weitergehen. Nein, Mist. Aber doch nicht so. Gut. Wo lang? Wo lang? Da, hinter uns. Hinter uns. Jetzt komm, mach hinne. Da. Da. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Komm, Köpfchen raus. Jawohl. Da ist noch einer. Ah, das ist ein Sniper. Willst du wohl? Ja, top. So gefällst du mir, Junge. So gefällst du mir. Da war doch einer. Ah, Mist. Mist. Nein, wieder Mist. Puh, gut, dass er uns nicht gemästert hat da. Mann, da wäre ich aber echt ausgerastet hier. Ah, da hinten. Ach, Mann. Ich denke, den habe ich getroffen. Der stirbt einfach nicht. So, wo lang? Wo lang? Jawohl. Top. Komm, jetzt mach hinne. Mach hinne. Da. Was war denn das für eine Knarre? Ist auch ein Sniper. Ach, Mist. Da war, da war einer. Okay, komm. Komm. Da ist doch einer. Ich habe es doch gesehen. Weg hier, weg hier, weg hier. Gut, das war gut. Das war gut. Oh. Waffenbeförderung. Habe ich ihn? Habe ich ihn? Ich habe ihn doch. Was war denn das bitte jetzt? Nein, der ist nicht gestorben, verdammter Mist. Und da ist er hinter. Gut. Das war gut. Nein. Komm, beeil dich. Beeil dich. Ja, und das Spawn-System ist ja sowas von herrlich. Jawohl. Der ist hinüber. So. Nein, du Mistkerl. So, wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo lang? Wo seid ihr denn? Läuft mir doch mal vor die Flinte hier. Äh, vor das Messer meine ich natürlich. So. Da ist einer. Ey, komm. Komm, der hat doch getroffen. Ach, Mist. Das war aber echt knapp. Das war wirklich knapp. So, hier müsste einer sein. Da, da ist auch einer. Da ist auch einer. Hey, ich hab getroffen. Obwohl ich total daneben gezielt habe. Ja, so macht mir das Ganze Spaß. Aber ganz ehrlich, das war jetzt wirklich kein Treffer, glaube ich mal, oder? Okay, wohin? Ja, voll in die Brust. Natürlich, Heartbeat trifft ins Herz. Wie könnte es auch anders sein? Na gut, Leute. Ich hoffe, die Party hat euch Spaß gemacht. Schaut demnächst mal wieder rein. Macht's gut und bis denn. Ciao.